Ich kann jetzt nicht stundenlang auf YouTube da irgendwelche Texte vorlesen, das dauert ja endlich, das ist ja keine Sau zu, ich meine sonst sind alle ganz aufmerksam zuheuchen, dass ich so erzähle, aber ich, das dauert ja nicht. Ja, ja, naja, vor dem habe ich jetzt so ungefähr 20 Seiten, also ich habe es hochgerechnet, ich habe das heute mal kalkuliert, nee, gestern habe ich das kalkuliert, wenn ich also ungefähr pro Kapitel glaube ich so ungefähr zwischen 3 und 7, denke ich einmal, Kapitel habe, da bin ich wieder da und war da richtig, also ich habe das ja, also ich habe da einen eigenen Algorithmus, wie kritisch das Buch sein muss, ja, weil das muss ja bestimmte, also das ist ja dann immer so 160 Seiten, ungefähr, 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 ja, ja, einmal, ja, wenn ich das mache, auf YouTube das Zeug vorlesen, naja, welche mal, macht doch da keine Ansagen hier auf YouTube, weil die sind immer, die wollen ja gar nicht die Ernst, die wollen was, die wollen aber Serioses.